Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Video. Heute dreht sich alles um Folien, Farbfächer und welche Marken gibt es. Wir fangen heute mit der Oraka 970 an. Die gibt es als Rapid Air, also als Luftkanner und als nicht Luftkanner Folie. Oraka hat sehr viele und sehr schöne Farben, viele Farben als Glanzfarbton und auch viele Farben mit Metallic Anteil. Oraka ist einer meiner Lieblingsmarken, die ich verklebt habe. Warum? Oraka hat eine sehr dicke Folie und lässt sich super schön erwärmen, auch lange erwärmen, hat auch eine Luftkanal Struktur, was sehr gut zum Verkleben ist und eignet sich dafür und eignet sich deshalb sehr gut für Autofolierung. Oraka hat des Weiteren sehr viele Mattfarben, wie man hier sieht. Also es sind über 20 Farbtöne und auch sehr schöne Candyfarbtöne. Was heißt Candy? Naja, mehrfarbig. Also wenn ich die Richtung wechsle, dann haben wir hier, ich hoffe man sieht es, auch mal braun. Ja, man sieht schlecht. Hier sieht man es jetzt, da hat man auch braun. In echt kommt das viel schöner rüber als jetzt hier über die Kamera, aber die Farben sieht man halt leider nicht so toll. Hier haben wir auch wunderschöne Farbtöne, die eignen sich super gut für eine Autofolierung. Als nächstes kommen wir noch zu den Strukturfolien von der Firma Oraka. Als nächstes kommen wir noch zu den Strukturfolien von der Firma Oraka. Das ist die 975. Da haben wir verschiedenste Carbonfarbtöne. Die gibt es in einem matten Carbon sowie auch in einem glänzenden Carbonfarbtöne. Da haben wir ja auch noch gebürstete Folien, gebürstetes Aluminium, was auch sehr schön ist. Bienenwabenstrukturen haben wir auch, Leder und auch andere Strukturen. Eine sehr schöne Strukturauswahl von Oraka gefällt mir sehr gut. Hier haben wir die Oraka 79, das ist meine Lieblingsfolien, die habe ich sehr gerne verklebt. Wir haben hier einfarbige Glanzfolien, da haben wir eine sehr sehr große Auswahl. Dann haben wir neben den Glanzfolien auch eine große Auswahl an Metallicfolien, von Grau über Blau über Rottöne, alles dabei. Auch sehr viele Mattfarben haben wir hier und auch sehr viele Candyfarben. Die Candyfarben kommen leider bei der Kamera nicht so gut rüber. Die zeige ich euch noch mal nach. Als nächstes kommt dann meine zweitliebste Firma und das ist Avery. Avery hat Repres... Jetzt kommen wir zu meiner zweiten Lieblingsfirma, das ist Avery. Avery hat auch Luftkanal, genauso wie die Oraka-Folie, allerdings lässt sie sich sehr leicht repositionieren, was sehr gut ist. Vor allem kann man dadurch größere Teile leichter aufbringen als bei Oraka. Bei Oraka fängt die Folie gleich an zu kleben. Auch hier haben wir eine riesige Auswahl an Farben, allen möglichen zwischen Matt, Glanz und Metallic. Hier haben wir allerdings auch Chromfarben, was mir auch sehr gut gefällt. Das sind hier hinten diese wunderschönen Chromfarben. Da gibt es noch einen zweiten Hersteller, den ich euch gleich zeigen will. Der hat auch schöne Chromfarben. Chromfolien sind in Deutschland erlaubt. Chromfolien sind von den Herstellern Avery und Hexix in Deutschland erlaubt. Und hier haben wir sehr schöne Farben, von Rosé über Pink, über Blau, über Rot, zu Dunkel. Als nächstes kommen wir zu einem Farbfächer von Hexix. Hexix hat auch sehr schöne Folien. Sehr viele Mattfarben vor allem und auch viele Glanzfarben. Genauso wie Oraka haben sie eine riesige Farbpalette an Folien und Farben. Und hier hinten haben wir auch sehr schöne Folien mit Metallic. Mir persönlich zu viel Metallic-Anteil wieder drin. Vor allem hier. Das ist in meinen Augen zu viel Metallic. Da ist die schon sehr dezenter dagegen. Obwohl, im Gegensatz zu Oraka wäre das auch noch sehr extrem. Das sind die Hexix 30.000. Hier haben wir weitere wunderschöne Farben. Hier haben wir auch wunderschöne Farben dabei. Von Matt über Carbon über Leder. Und hier kommen dann auch die wunderschönen Chromfarben vorhin. Auch Chrom Matt haben wir hier dabei. Aber ich finde, diese Chromfarben sind die schönsten. Und vor allem haben wir hier eine riesige Auswahl an Chromfarben. Im Gegensatz zu Avery, wo wir ca. 7 Farben haben, haben wir jedoch weitaus mehr Auswahl. Dann kommen wir zu MagTag. MagTag wird leider demnächst nicht mehr produziert. Aber hat auch sehr schöne Folien. MagTag wird nicht mehr produziert, weil MagTag von Avery aufgekauft wurde. Hier haben wir auch sehr schöne Farben. Zwischen normalen Farben, Metallic und auch Matt. Hier haben wir natürlich auch noch andere Strukturfolien und Alcantara Strukturen, welche natürlich sehr gut für den Innenraum sind. Als letztes kommen wir dann zu 3M. 3M habe ich nicht sehr gerne verklebt, da man da auf sehr viele Sachen achten muss. Zum Beispiel bei der 1080. Die kann man leider nicht in Sicken kleben. Das heißt in Vertiefungen, da die Folie dort wieder hochkommt, da muss man immer zu 1380 kommen. Mittlerweile gibt es auch noch die 2080. Die sind wiederum sehr gut fürs Folieren. Allerdings sind sie auch sehr teuer. Hauptsächlich mattfarben und da muss ich sagen, ich bin eher der glanzfarbene Typ und deswegen ist mir das dann doch zu viel matt. Und da würde ich dann halt lieber zu den anderen Herstellern greifen. Also man muss wirklich sagen, eine Unmengenanzahl an Farben. Alles in matt gehalten. Für den, der matt liebt, der hat ja eine riesige Farbauswahl. Der wird hier bestimmt seine Farbe finden. Für mich, der mehr auf Glanz steht, ist hier leider kaum was dabei. Natürlich gibt es auch diese geile Flip Flop Facility. Hier gibt es natürlich auch diesen wunderschönen Flip Flop Effekt. Der ist natürlich sehr schön. Wirkt jetzt auf der kleinen Fläche sehr, sehr cool. Im Ganzen muss es zum Auto passen. Da gibt es viele Autos, da passt es wieder nicht dazu. Dann gibt es andere, da passt es sehr gut. Hier haben wir das neue Carbon, was viele als neues Carbon bezeichnen. Mir persönlich gefällt die Folie so an sich schon, aber als neues Carbon, ich weiß nicht. Wenn ich die immer als große Struktur sehe, gefällt sie mir persönlich nicht, weil die Struktur sich doch zu viel wiederholt. Hier nochmal alle Hersteller in der Übersicht. Das sind 3M, Avery Denison, Hexix und Magtech. Natürlich gibt es auch noch viel mehr Hersteller an Folien, aber das sind so die wichtigsten Hersteller, die ihr kennen müsst. Und worauf ihr auch gerne zurückgreifen könnt, sind alles Top Hersteller, alles die besten Hersteller, die es gibt. Und die kann auch jeder Folierer empfehlen. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Folierer eures Vertrauens vernünftige Folien verwendet und euch kein schlechtes Material verklebt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert. Sagt mir, was ihr für Erfahrungen mit Folieren gemacht habt. Habt ihr euer Auto schon mal Folieren lassen? Worauf habt ihr geachtet? Was habt ihr da für Erfahrungen? Teilt die mit mir. Vielen Dank und schaltet wieder ein. Vielen Dank. Vielen Dank.